Wir halten den natürlichen 1,5 Meter Abstand auf. Ich wollte dich sowieso nicht verlinken. Und er hat es überhaupt ernst genommen. So, wild. Fast 40 gar nicht, oder? Aaaaaaah! Jetzt kam Front an bestimmte Menschen aus der Szene, aber ich möchte ein paar Leute aufklären. Es verschwinden sehr mysteriöse Seiten aus Instagram von sehr vielen Leuten mit sehr vielen Abos und so. Und das passiert nicht einfach so. Instagram hat ein neues Update, wenn man zu viele Fake-Accounts hat als Abos. Pfff! Pff. Zurück! Pff. Pff. erst mal ein köftespieß ohne reden er hat zu viele köftespieße gehabt aber die jungs ich habe mich immer so richtig nicht ich habe mir geschrieben weil sie wissen ich werde nicht antworten krass von euch ich werde euch nicht antworten danke sie weint weil sie weiß dass es nicht mehr so sein wird ja nur noch der mond hat sie weinen die